Brücke um Gehrungsstraße. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken, wenn es nass und kalt und glatt ist. Kleiner Bremstest. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist wirklich eine Eisplatte. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Das ist ja immer so eine Sache mit Brücken. Musik 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 impost Es wird natürlich spannend Wie ist der Kreisverkehr? Ein bisschen gefahren sein dann wäre es schlitterig das Bergabfall ist so kann ich ausmachen dann habe ich so eine Hügel darunter Allrad macht hier schon Spaß so mache ich und jetzt drifte ich hier auch im Kreisverkehr aus also nichts los nur wer muss im Grund mal kurz einen Schwenk auf dem See wie der aussieht Also Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020